Komm, Baby, wir gehen einfach direkt weiter, weil ich will hier mit niemandem reden, die sind immer alle zu eigenbildet. Oh, warte. Die ist nett, bleib mal kurz hier, Baby, ich regel mal kurz was. Ich frage mich aber gerade, ob wir eventuell, ob das eigentlich geht. Könnte man jetzt sozusagen eine andere Art auch heiraten? Das probiere ich das nächste Mal aus, glaube ich. Danke, du kannst nun gehen, du bist noch nicht wirklich bekannt. Noch nicht wirklich, aber bald, aber bald, aber bald. Komm, Baby. Wir haben das nicht nötig. Glaube ich. So, wow, ist voll, lass uns Plätze suchen, bevor ihr ja, ist kein Problem, es kriegen wir immerhin. Wir haben noch immer Zeitplätze. Janket. Okay. Komm schon. Intromet-Effekten. Kann ich die Karte nicht wieso auch wechseln, gleich? Das lass ich gleich mal aus. Bütner Schrei. Langer Kommentar. Das kann ich gut, das kann ich echt gut. Fachliche Kommentar. Oh, wie ekelhaft. Beiläufige Kritik. So ein Schallspiel. Das kann ich nicht. Intro mit Logo. Intro mit Logo. Alle Karten. Aktive Karten. Ach, man kann die aktivieren. Alle Karten. Musik, Intro, Tanzende Begrüßung. Will ich nicht. Äh, Neu, Intro mit Logo. Formelle Begrüßung. Intro mit Effekten. Aktiviere ich mal. Philosophischer Kommentar ist ganz gut, aber... Nyan Cat finde ich auch ganz geil. Aber es kostet zu viel halt, ne? Bütner Schrei. Nimm mich rein. Ratschlag. Ähm... Übergang schwarze. Abspann. Ne, das reicht jetzt mal. Okay. Habe ich erstmal beim Date dafür gesorgt, dass mein YouTube... Karriere läuft. Über Kurse reden, über Leute reden. Ja, ganz ruhig. Weißt du, ich will... Ich will... Verklagen. Ja, immer noch. Das ist so. Ich habe echt keine anderen Themen mehr. Profilansinn. Shaley, Beziehung. YouTuber? Hä? Ich bin mal schädig, die drauf, ne? YouTuber? Kann ich mit ihr zu begeben, Trin? Anteil nicht, meine Frau hasst mich. Meine Frau hasst mich einfach. Okay. Das ist gerade... Wieso steht bei ihr auf einmal YouTuber, nur weil wir zusammen sind? Das ist aber diskriminierend. Ich setze mich gleich am Platz 2 nach rechts. Okay. Oh Gott, langsam werde ich noch müde. Das heißt, langer mache ich auch nicht mehr. Nichts, weil ich jetzt mal heute auch zuerst Video hoch soll. So, äh... Ich verdiene 220 im Monat. Das ist doch ein gesündes Sümmchen. Damit kann man leben, würde ich sagen, ne? So. Okay, das ist genug. Ich gehe jetzt. Einfach so, ganz trocken. Hopp, solltest du deine Frau anstatt zu sagen, so, kommst du mit? Nein. Er so, ich gehe jetzt. So, so. Dann essen wir jetzt eine Pizza noch. Genau. Und dann haben wir noch unseren Auftrag. Mhm. Ja, genau. Ich bin auch so. Und zwar das Spiel. Einmal das und ich sollte ein Walkthrough machen. Video starten. Ähm... Ja, warum nicht? Okay, fortsetzen. Los geht's. Komm, Walkthrough, wie gesagt, die kriegen bei mir keinen, äh, Titel. Einfach aus Prinzip. So, du startest. Intro bitte fecken. Alter, 9 gleich. Ja, mach ich mal. Ladebildschirm. Äh, philosophischer Kommentar. Young Cat. Sinnlose. Ernst der Kommentar. Sinnlose. Genau. Das kriege ich hin. Du bist dein Level aufgestiegen. Ratschlag. Feierlicher Schrei. Ja, aber sowas von. Hä? Okay. Zeit, bevor das Spiel startet. Äh, Inter-Kommentar. Young Cat. Sarkastische. Ja, der einzige, was möglich war. Du hast eine harte Aufgabe gewählt. Ähm, denn freut man sich singender oder fröhliche Singender? Ich singe, ich singe, singe. Ausschnitt. Hab ich nicht. Hohohoho. Zweimal ist der noch viel lustiger. Oh Gott. Oh, mein. Ach, ist egal jetzt. Einmal. Okay, das geht noch. Das geht gerade noch so. Und dann, tschüss. So, jetzt muss ich nur bearbeiten, dann bin ich zufrieden. Ich hab noch 170 Stunden. Easy going. Easy going. Einmal begrüßen. Denn, warte. Dann nehm ich den da. Der ist ganz gut. Dann nehm ich den da, der ist auch ganz gut. Und den da, der ist auch super. In der Weitere weise leider nicht. Ähm. Doch. Ich könnte. Das ist doch alles scheiße. Den machen. Oder auch nicht. So. Ähm. Ja, ich weiß. Ich weiß, du schmierst gleich ab. So, klassisch weicher Fokus. Kontrasten, Ausblendung. Und ich mach mal noch einfach den Titel rein. Dann passt schon Rennen. Das sieht doch schon fast gut aus. Fast ein Profi. Hochladen. Jetzt muss ich meinen. Na, Schatz. Ah, ich hab den überraschend mitgebracht. Oh, der Griff. Das Spiel ist Scribble. Ich hab das nicht bestellt. Ich habe das nicht bestellt. Hä, das hatte ich doch schon. Die kaufen mir Sachen, die ich schon hab. Ist die doll oder was? Krieg ich das mit wer? Ich kann's weiter sagen. Ja, wow. Okay, das bringt mir nichts. Ähm, so. Kauf ein Spiel. Haben wir auch wieder erledigt. 114k. Komm, lass hoch. Schneller. Ich kann jetzt hier eine Runde schlafen gehen, würde ich sagen. Party. Möchtest du mitkommen? Nein, danke. Das ist, ich weiß nicht. Ja, ich hätte kein Problem, so. Alter, das geht auch immer ordentlich Geld. Hauptsache, den ist irgendwie scheißegal, wie er es irgendwie beworben würde oder sowas. Komm, ich bin mal netter, weil er es ja will. Akzeptieren. Komm. Ich hab's auch kurz beworben. Wir haben 40.000 Verkäufer in einem Spieleladen. Oh, suche ich auch hin. Das klingt auch ziemlich lustig. Ich könnte gerade heulen. Wir haben 6.17 Uhr, Alter. 6.17 Uhr. Katsching, katsching. So. Hi, Schatz. Äh, oh komm, ich hab dich gemisst. Äh, hallo? Ich wollte dich gerade umarmen. Nova traurig. Da. Ich habe schöne Klamotten für dich gefunden und konnte nicht widerstehen. Okay. Ich umarme dich einfach mal. Ja. Kurse fortsetzen. Was gibt's denn hier noch? Ähm. Dauert fünf Tage. Ähm. Fotografie für Anfänger bräuch ich nicht. Interaktion für Anfänger. Das ist doch nicht ganz gut. Oder Computerwissen. Warte, ich mach jetzt mal das Computerwissen. Hm. Das könnte ein paar Tage dauern, würde ich sagen. Hey, musst du gerade etwas für meinen Computer holen? Bin gleich hier weg. Ich hasse ihn. Noch 10.000 Abonnenten und ich muss dich nie wieder sehen. So. Spaghetti-Bolognese erstmal und schlafen gleich. Ein bisschen lasse ich das noch laufen. Ich muss mich jetzt endlich mal... Weißt du, für die Kurse ist diese Zeitrechnung eigentlich ganz gut. Gar nicht mal so schlecht. Das gefällt mir, aber... Der Rest ist einfach nur meh. Viel zu stressig, viel zu schnell. Das geht gerade... Obwohl, ich bin gerade... Ich bin gerade irgendwie voll... Voll nicht anders. Ich bin... Wie gesagt... 6... Es ist... Wir haben 6 Uhr 7. Und ich nehm fast 5 Stunden schon auf. Das war eine längste Aufnahme. Und das Schlimmste ist... Ich weiß... Ich weiß definitiv... Dass es härter wird, wenn ich meinen neuen Rechner hab. Oh Gott. Ich werde weinen. So. Wir müssen ja leider Gottes auch immer ein Video online halten, sag ich mal. Was irgendwie gerade viral geht, damit wir unsere Abonnenten ja nicht vernachlässigen. Wieso geht die immer im Rechner, wenn ich da gleich ran will? Willst du mich verarschen? Gut so, Frau. So, was ist denn gerade in den Top-Sendern? Ja, was haben wir hier denn gerade? Psycho-Nass. Okay. Vor allem immer dasselbe Bild. Oder den Trailerpark. Alfa. Ich will erstmal den Trailerpark. Ich will erstmal den Trailerpark. Trailerpark, Alfa. Die wir noch nicht haben. Die wir noch nicht haben. Genau. Da war ja was. Oh Mann, ich vergesse es immer wieder. Ich kann natürlich jetzt auch nochmal aufrüsten. So, was kann ich hier noch ändern? Neuer PC für 575. Neue Mikrofon. Ja, machen wir einfach mal. Was kostet die Welt? Willhaben. Moniz. Willhaben, 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 Willhaben. Aber jetzt noch nicht. Was will ich leisten? Mikrofon. Ach, warte mal. Ich hol mir jetzt mal das neue Handy. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal ein bisschen sparen. Nein, ich könnte heulen. Nein, LL, tut mir leid. Möchte ich nicht. So, so, so. Öffnen, alles öffnen, alles öffnen. Mit deinem neuen Strawberry Curse 9200 kannst du deinen Freunden und anderen YouTuberern auf ihrem Profil folgen und über ihre Meinung zu vielen Themen über die Pinnwand deines Handys lesen. Es wichtig ist kein Zweifel daran, dass soziale Netzwerke ein sehr nützliches Werkzeug für jeden YouTuber sind. Besuche das soziale Netzwerk mit deinem neuen Handy. An der Pinnwand kannst du die Posts von Leuten sehen, denen du folgst und ihre Meinung zu verschiedenen Themen herausfinden. Manchmal geben sie auch Tipps für deinen Kanal. Also sei wachsam. Oh, richtig, mit sozialen Medien kannst du kürzlich hochgeladene Videos fördern, um mehr Aufrufe zu bekommen. Beachte, da es eine Videopromotion Geld kostet. Falls das Video schlecht ist, ist die Promotion sinnlos. Was geht? Bin nur da, um ein bisschen das Spiel zu spielen. Ja, okay, nett. Danke. Freut mich. Bist ein wahrer Freund. Jetzt aber. Little Trailer Park. Und zwar einmal Sil und einmal Gameplay. Ich habe leider nichts anderes hier. Ich könnte weinen. Mit Pop-Shots. Geil, endlich. Und Mono-Ausgabe. Fortsetzen. Stuart Little. Verstehe ich wegen Little Park und darum dachte ich Little Stuart, war lustig, fand ich lustig. Intro mit Defekt. Gebe ich hier neun aus, ja, von Bier aus. Ladebildschirm. Ein ernster Kommentar, definitiv mehr ernster. Aber sowas von. So, du hast eine, genau. Dann mache ich mal hier eine professionelle. Kommentar. Die 37 reichen schon lange nicht mehr. Nenn ich halt, nee, lustiger Kommentar. Dieses Neue am Anfang haut immer richtig durch. Du hast ein Easter Egg gefunden. Singen in den Kommentar. Machen wir singend. Oder fröhlich. Machen wir singend. Komm. Ganz ehrlich. Jetzt brauche ich die noch Orangen ein paar Mal. Und zwar hier. Ein Young Cat. Das ist das Vorletzte. Komm. Easy Goat. Alter, das Video objektiert sowas von viral. Nein, das ist jetzt das Letzte. Oh, perfekt. Ratschlag. Ratschlag am Ende des Videos. Immer perfekt. Kann man immer nutzen. Und eine winkende Verabschiedung. Nice, Alter. Das ist mega gut geworden. Tschüss. Tut mir leid. Tut mir leid, Schatz. Du weißt nicht, wo sie arbeiten. So, dann kommt das da. Dann kommt der da. Dann kommt... Warte. Dann kommt der da. Dann kommt der da. Traurigerweise fehlt mir wieder. Dann machen wir einfach den da. Und dann... Oh, warte. Nee. Warte. 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 Nein! Den da will ich rein haben. Und den da. Ist das richtig? Warte. Zack. 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 Ja. Zwei falsch. Aber... Ganz ehrlich. Shit happens. Einmal so. Braun. Äh. Dann Kontrast noch gestellt. Eine nette Ausblendung. Das machen wir aber zum Schluss. Hintergrundmusik nochmal zum Schluss. Und... Ich will die Ausblendung haben. Die kostet sieben. Dann machen wir das weg. Das da rein. Das da rein. Das... Kontrast einstellen. Und Ausblendung. Nice. So wird ein Schuh daraus. Aber so 100% neue Rekord. Ey, hallo? Guten Abend, Schatz. Ich bin zurück vom Shoppen. Yeah. Freu mich. Na, wie viel von meinem Geld hast du ausgegeben? Hochladen. Ich sag mal, das als Abschlussvideo. Moibiente. Das läuft. Das nehmen wir. So, dann mach ich jetzt noch folgendes. Und zwar, ich stärke mich nochmal ganz kurz. Nein, tut mir leid, Corinne. Ich habe gerade keine Zeit. Ja. Dann schlafe ich noch eine Runde. Mal gucken, was da gleich rauskommt. Und zwar, was könnten wir denn jetzt noch machen? Das dauert ja noch Ewigkeitenbesuch gelandet. Eventbegleiter. Nur will ich ja gar nicht. Ich bin YouTuber. Ich brauche ja nicht mehr arbeiten. Gucken wir mal hier ein bisschen rein. Shady. Schau meine besten Momente an, wenn ich Streetkiller 2 spiele. Sprich mich die nächsten zwei Tage nicht an. Ich werde pausenlos, fabulos... Okay. Wir hatten eine Tollzeit mit Partizia. Herzlich grüße. Ich möchte dir sagen, dass ich mich in dein Spanphone gehackt habe, um eine persönliche Bilder zu stehlen. Wenn du mir keine 20 Dollar veröffentliche ich die Bilder im Internet. Das ist nichts Persönliches, nur mein Job. Deine Bilder wurden nicht hochgeladen, aber du hast der Presse und nachgegeben. Jetzt kann der Hecker Geld verlangen, wann immer er will. Scheiße. So eine Drecksau. Finde eine Lösung für die Copyright-Verletzung, bevor du fortfährst. Lösen? Das Video hat eine Warnung. Das bedeutet, dass eine uhrere Rechtsverletzung vorliegt. Lösen diese Probleme oder du bekommst keine Einnahmen zu den Videos. Äh, äh... Strafe zahlen. Und die 56. Video löschen. Strafe zahlen. Verdammt. Alter, ich fände gerade megamäßig Geld. Kommentare, die sind alle ganz gut. Ja. Das gefällt mir. Yeah! Und jetzt bewerbe ich den Scheiß nochmal kurz mit Hashtags. Bin gespannt. Aber wie gesagt, ich sag mal, pass mal auf. Und zwar... Ja, nach, äh, fast fünf Stunden muss ich dann auch sagen, so, das war's erstmal für heute. Und, ähm... Ich hoffe, als Übergangsprojekt geht das erstmal, weil, wie gesagt, wenn der PC da ist, hab ich so viele Projekte und dann wird's hammermäßig geil werden. Deswegen, äh... Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen gefallen oder es gefällt euch wenigstens das Display. Also mir gefällt das Spiel auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, fast fünf Stunden, kann ich immer noch wiederholen, aber egal. Und, ja, ich sag dann mal bis zum nächsten Mal Nova Ende und aus. Ja? Gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.